Mit dieser wunderschönen Musik begrüsse ich euch zurück zu Tales of Arise. Einem Abenteuer, was in den letzten Folgen immer wieder mit seiner emotionalen Tiefe aufgewartet hat. Kann man glaube ich so sagen, oder? Vom letzten Folge wieder sehr emotional, aber generell meine ich das ganze Spiel über habe das Gefühl, es ist emotionaler als andere Tales of Spieler. Da wurden natürlich auch andere Tales of Spieler sehr emotional sein konnten, aber dann nur bei gewissen Situationen, die vielleicht 3-4 Mal über das Spiel hinweg erschienen sind. Hier habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen häufiger dieses Szenario, aber egal. Ich schwache das ab, denn wir haben was anderes zu tun Freunde. Wir müssen nach Renegis gehen, mit Schion zusammen, die uns letzte Folge endlich ihr Herz geöffnet hat und hoffentlich ihren Fluch brechen können. Und auch die Wahrheit erfahren über Renegis, über Rena, über Dana, über die ganze Situation. Viele Dinge, die sowohl Elfen als auch Schion noch unklar sind, obwohl sie ja im Falle von Elfen schon über 300 Jahre alt sind. Und im Falle von Schion und Uahalim bei der Renegis sind, aber trotzdem auch ihnen einiges verschwiegen blieb. Hey, you doing all right? Huh, I seem to cause nothing but worry. Also, als ich versuche, dass ich alles unter Kontrollen habe, alle noch immer über mich beschäftigt. Du bist nicht der einzige. Hey, erinnerst du das erste Mal, du sagst, ich war dein Freund? Nein. Wann war das? Wann war das? Wann war das? Wann war das? Sorry, ich kann nicht erinnern. Das ist gut. Es kam so natural zu dir, dass ich nicht erinnert, dass du vergessen hast. Ich war anders. Ich war dann anders. Die Dananns waren nicht sogar Leute für mich. Und ich wusste, dass ich immer alleine sein würde. Aber in der Raum mit Dedeim, als du mich dein Freund hast, hat es... ...sachsiedelt die Wand, die ich umgebracht habe. Ich wusste, dass ich mich umgebracht habe. Weil, bis zum Moment, ich sah nur einen Weg zum Schluss. Ich dachte, ich war ein Weg, um die Wälder der Blasen. Und um die Rennas Alma zu erinnern. Aber nach dem Tag, ein Mal wiederum warst du. Und bevor ich es wusste, du hast, du hast mich und Dohalim deine Freunde. Es war nicht so, dass wir Rennens waren. Du weißt, wie wir uns auch anderen Menschen. Und dann, alle anderen, mich auch ihren Freund haben. Und mich als ihren Freund. Und dann, ich habe nie gedacht, dass ich das hätte. Ich wollte nicht sterben und verlieren Sie alle. Aber ich wollte auch nicht leben, wenn es bedeutet, dass Sie alle sterben in meinem Ort. Sie hat... ... 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